Am Freitag geht es endlich wieder los. Für die Bayern startet die neue Bundesliga-Saison. Der Gegner im ersten Spiel heißt diesmal Werder Bremen. Doch was kann der FCB unter dem neuen Trainer Carlo Ancelotti erreichen? Wir haben einmal die Fans gefragt. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie wieder den ersten Platz holen in der Tabelle. Und ja, sonst nichts mehr. Ich würde mal sagen, dieses Jahr ist die Champions League wieder fällig und Meisterschaft ist, denke ich mal, drin und Pokal ist wie immer eine Glückssache. Jede Runde kann unglücklich sein und man fliegt raus. Das ist immer so die Gefahr. Ja, zumindest zum Double. Die Meisterschaft, Pokal ist eigentlich Pflicht. Und dann die Champions League, die nehmen wir auch damit, wenn es geht. Also ein Champions League-Titel, der war schon ziemlich cool. Also wenn es ein, zwei, drei Titel, dann nochmal ein Champions League-Titel, Meisterschaft und Cup. So geht es da. Der Wunsch der Fans für die neue Saison ist eindeutig. Triple. Ja. Triple. Ja, natürlich alle drei Pokale wieder. Alle drei Siege, das war natürlich das wieder. Dass sie alle drei Titel holen. Auch wenn es ein paar Ausreißer gibt. Ich wünsche mir eigentlich, dass Mats Hummels im Champions League-Finale das entscheidende Tor macht.